Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um Unvollende zu bleiben. Das ist lecker. Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut, Hotte. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Fiest ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich drehe mal eine Runde. Wie wäre es, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Wie wäre es, wenn ich nach ihnen ausfüllen? Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Hey, Jeff. Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu... ...baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie... Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Aber ich drehe mich. Bist du, warum... ... absent viel Zeit mir? Was ich vertreibe? Ich redebe mir. Du. Ich nevle dich auf jeden Fall. Du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde Und hey, noch ein Tipp für die Rede Einfach alle in Unterwäsche vorstellen Bis auf Osborne Ha, nur ein Scherz Taube im Visier Oh, weg ist sie Wie schön, mein Können sinnvoll einzusetzen Nächstes Mal kriege ich sie Einheiten in Alarmbereitschaft Mögliche Entführung Alle nach Grand Central, over Schlechte Abdeckung hier Ich muss mehr Türme aktivieren Schlechte Abdeckung hier Ich muss mehr Schlechte Abdeckung hier oder schlechte Abdeckung hier Ich muss mehr tatsächlich Schlechte Abdeckung hier Consolidated Shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fisks Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Wir werden nicht verlieren. Guten Abend. Du kannst nicht die Dämonen Fisks Revier übernehmen. ich überrascht was sicherheitsverstoß ihr habt was ihr wolltet ihr müsst uns doch nicht umlegen nicht heute es ist es ist es ist es ist es ist Hi, Willy. Du. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften aus. Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Oh Gott! Das war's für heute. Hey, dickerchen. 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 Das war's für heute. ihr beiden bleibt hier und wartet auf die polizei schlauzen Das war's für heute. 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 Ach, komm schon! Nein, 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 nein! Nein! Nein, nein, nein! Los, los, los! Ist das echt passiert? Ja! Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet? Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Ich schaffe das. 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 Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst ihn runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superheldending beschleunigen? Ich schaffe es einfach malfilmed. Ich schaffe es ganz absolut. Ich mache das mit ein paar Teams. Ich finde sie überzeugt. Das alte association mussévle. Ich csapotende Websiteürstile. Amitiraus hilft BIGW слott! Das ist meine Chance. Hoffentlich überlebe ich das. Hi, ist das die Maschine nach Nuwok? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir. Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang! Ein Motor ist aus. Jetzt der zweite. Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Komm, Chupi, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Die Masken sind echt toll! Aber habt ihr die her? Oh, ich sah nicht! Cool, danke! Haben die ne Website? Wups! Hey, Yuri! Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber ne Leiter. Hey, Miles! Hey, Fanboy! Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu Dad's Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Okay. Ah, Mist, ich bin zuretende. Oh, ich bin, ich bin. Oh, ich bin aus. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Eh! Oh, ich bin, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020